Hey ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein letztes Video ist schon ganze drei Monate her. Oh mein Gott, das ist einfach viel, viel, viel zu lange. Und das soll sich definitiv auch dieses Jahr ändern. Und da in ein paar Tagen Valentinstag ist, habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach ein paar Valentinstags-DIYs. Damit fange ich erstmal ganz easy an. Und ihr könnt heute auch eine Glow-Goodie-Bag von der letzten Glow in Berlin gewinnen und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne eure Musical.lys wieder mit dem Hashtag DieNinaTV versehen. Dann mache ich auch demnächst ein Musical.ly-Reaktionsvideo wieder. Also wenn ihr Bock darauf habt, wenn nicht, dann eben halt nicht. Zu der Verlosung komme ich aber noch. Ich würde sagen, ich starte erstmal mit dem Video und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich bin in der Kasse, get your head out of the blue You weren't here when I was around, running around all over town Thinking that I would be waiting at home, honey, no, honey, I ain't being your stepping stone, my darling Oh, 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 I hear you need my love, but it just ain't here no more No more, no more Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020